Diese Nachspeise hat wirklich alles, was es für ein weihnachtliches Dessert braucht. Das ist unser Mandeltraum. Zunächst einmal vermischen wir 500 Gramm Apfelmus mit einem halben Teelöffel Zimt und verteilen es dann auf mehrere Gläser. Für die Creme brauchen wir 200 Milliliter Sahne. Den Puderzucker solltest du lieber gesiebt hinzugeben. Dann noch einen Teelöffel Weihnachtsquarkgewürz dazu und alles steif schlagen. Alternativ kannst du stattdessen natürlich auch einfach Zimt verwenden. Ist die Sahne steif, geben wir sie in Gläser auf das Apfelmus. Kleiner Tipp, verwende dafür am besten zwei Löffel. So kannst du die Sahne gut abstreifen. Jetzt fehlt nur noch das Toppen. Dafür die Mandeln leicht anrösten, den Zucker dazu und karamellisieren lassen. Sind die Zuckermandeln abgekühlt, kannst du sie auf der Sahne verteilen. Na, zu viel versprochen? Apfel, Zimt und gebrannte Mandeln. Weihnachtlicher geht's nicht.